hallo liebe bruno-gröning-freunde und alle die es interessiert ich bin ja heute wieder mit karin freut mich dass wir uns weiter über themen rund um die lehre von bruno gröning unterhalten und eine aussage von ihm ist ganz prägnant das ist dass er gesagt hat an gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen also ist ja für mich schon mal interessant dass er an gott glauben oder glauben und vertrauen auseinander dividiert denn so wie ich glauben verstehe er bedeutet glaube vertrauen also das gehört zusammen dass das gehört zusammen also an gott glauben ist dass ich ihm vertraue dass ich an etwas glaube was ich nicht sehe das heißt es ist also ein ein vertrauen ein vorschuss geben an vertrauen also ja also ich würde es gar nicht so trennen können wollen und wenn wir von einer lebendigen beziehung zu gott aus ausgehen dann darf das ja auch gar nicht getrennt werden oder also eine sehr merkwürdige aussage finde ich die irgendwo auch keinen sinn macht für mich also ich sehe keinen sinn drin was das jetzt bedeuten soll kann ich sehr schwer das mit anfangen muss ich ganz ehrlich sagen wie wird es denn gesehen ja dass das hat er zu einer frau gesagt zu seinen lebzeiten okay die alle die eine heilung von der lähmung ihrer hand erlebt hat durch ihn durch sein wirken nachdem sie einen bomben angriff überlebt hat als junge frau und die hat das von bruno gröning mit genommen diesen satz an gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen in klammern damit ihr gesund werdet also das vertrauen ist schon eine voraussetzung ihm gegenüber dass man gesund wird und dadurch öffnet man sich ja auch eigentlich fast bedienungslos oder okay ja das heißt ja so viel wie wenn ihr mir vertraut werdet ihr gesund genau also bindet er praktisch die menschen an sich ja wenn ihr mir nicht vertraut oder mein heilungsstrom nicht aufnimmt dann werdet ihr nicht gesund ja genau also bindet man sich praktisch an diesen menschen ja nur krönig auf jeden fall das ist ja götzendienst das ist menschenkult das ist götzendienst und hat mit dem glauben so wie es in der bibel steht noch mal um auf das wort glauben oder vertrauen zu kommen nichts zu tun also da sind wir wieder bei dem punkt dass sie wirklich in die bibel gehen müssen um die dinge zu prüfen ja wenn wir eine gute grundlage haben wollen die tragfähig ist auch die bedeutung der worte mit zum beispiel das wort glauben oder vertrauen was sagt die bibel darüber oder heil oder heilung oder so viele dinge die auch in der lehre bruno königs vorkommen die haben in von der bibel her gesehen eine ganz andere bedeutung als sie bruno krönig einsetzt und auslegt das fällt natürlich nicht auf wenn man die bibel nicht das fällt nicht auf wenn man die bibel nicht kennt und fällt auch nicht auf wenn man sich nicht mal damit auseinandersetzt und sagt so was bedeutet denn jetzt die kraft gottes oder was bedeutet denn wenn er sagt was gottesdienst ist weil soweit ich mich erinnern kann hat er gesagt dass das wenn man seinem körper beachtung schenkt dass das gottesdienst ist ja gottesdienst bedeutet im biblischen sinne etwas ganz ganz völlig anders gottesdienst bedeutet gotte die ehre zu geben gott zu dienen ja einfach in seiner gegenwart zu sein und all diese dinge ist hat in dem sinne überhaupt nichts mit unserem körper zu tun also auch da die diese die differenz zwischen ja einfach diesen begriff zu nehmen und ihn so auszulegen dass er sich fromm und christlich anhört aber letztendlich von der bibel her gesehen eine völlig andere bedeutung hat und überhaupt nicht so wiederzufinden ist wie er das sagt es ist so dann wie so der deckmantel des christlichen darüber gedeckt es hört sich alles sehr fromm und christlich an aber letztendlich geht es völlig an der lehrer der bibel oder an dem was in der bibel steht vorbei völlig vorbei ja kannst du mal was zu der zeit sagen in der bruno gröning gewirkt hat ja soweit ich das weiß und mich informiert habe war es ja kurz nach dem krieg und in den 50ern bis ende der 50er bis 1959 und als ich das so gelesen habe und mich damit so ein bisschen beschäftigt habe in welcher zeit er gelegt hat habe ich gedacht das ist ein phänomen was eine ganz besondere bedeutung zukommt denn nach dem krieg war es ja so dass die menschen sehr ja sehr gelitten haben und wirklich auch die sinnfrage sich gestellt hat für die menschen in ihrem leid und all den verlusten den sie hatten und all ob es nun armut war oder oder sie liebe menschen verloren haben und all der ganze hass diese der krieg und all die zerstörung erlebt haben ist es ja so gewesen dass nach dem krieg viele menschen auch nach gott gefragt haben und viele menschen auch die sehnsucht hatten gott nahe zu kommen und in beziehung zu gott zu kommen viele menschen sind in die kirche gegangen und haben gott gesucht und für mich war es das phänomen dass genau in dieser zeit ein mensch bruno kröning auf die bühne tritt und so viele menschen in seinen band zieht durch den einen aspekt körperlicher heilung und ich habe gedacht was für eine ablenkung der feind weil ich denke dass es von dem feind so instruiert ist von dem feind die menschen wegzuziehen von gott von der kirche oder was auch immer und auf diesen menschen zu ziehen bruno kröning durch diese angeblichen oder wunder heilungen die da passiert sind die alleine nur den körperlichen aspekt der sicherlich auch in dieser zeit ganz wichtig war weil viele hatten ja seelische körperliche verletzungen und so weiter die sie dann bei ihm erlebt haben finde ich ganz ja eigentlich sehr sehr traurig weil letztendlich sind die menschen an der wahrheit vorbeigeführt worden sie sind nicht in beziehung zu gott gekommen sie haben nicht über jesus christus den weg zu gott gefunden sondern sie sind dem menschen bruno kröning gefolgt der händen dinge erzählt hat die sehr fragwürdig in meinen augen sind und der eben durch die heilungen die passiert sind die meiner meinung nach der falschen quelle kommen ja völlig vom weg abgekommen sind oder es gar nicht die möglichkeit hatten auf den richtigen weg zu kommen wenn du sagst die heilungen jetzt außer anderen quelle dann sind der anderen quelle keine grenzen gesetzt also satan kann auch große heilung vollbringen satan ist sehr sehr mächtig er kann heilung vollbringen er kann es er kann erscheinungen hervorrufen geistige erlebnisse all diese dinge die die man so kennt aus dem okkulten bereich und ich zähle das auch zu dem okkulten bereich weil das sind dinge die in dem unsichtbaren bereich geschehen alles was unsichtbar ist ist der okkulten bereich und auch diese dinge geschehen ja in dem unsichtbaren bereich also dem sind wirklich fast keine grenzen gesetzt natürlich kann er das ist sehr mächtig und seine geister oder sein unreisen und unreinen oder bösen geister wie die bibel es nennt haben sehr sehr viel macht ja und es ist auch nicht so dass die heilung da nur vorübergehend wäre weil es hieß auch mal ich meine auch im freundeskreis dass wenn satan halt die heilung dann nicht so lange anhalten aber das das denke ich nicht das wüsste ich nicht dass ich das irgendwo gelesen habe es ist nur so wenn er einmal geheilt hat dann hatte die leute ja im sack ja das stimmt vor allem wenn er derjenige ist der vielleicht die krankheit auch selber hervorgerufen hat oder nicht nur vielleicht sondern ja das auch ja genau das heißt bruno gröning hat ja dann so wie ich mittlerweile evangelisation verstehe die großen evangelisten der heutigen zeit sowie reinhard bonke die haben ja wirklich immer auf jesus christus verwiesen und das hat ja bruno gröning wie ich jetzt auch feststellen konnte nicht getan also findet jetzt im freundeskreis nicht statt und auch zu lassen lebzeiten ja auch nicht so wie du festgestellt ist was heißt das denn wirklich jetzt für die menschen wenn sie an jesus christus vorbeigeführt werden ja bruno gröning hat sich selber gepredigt also ich habe in keinem seiner vorträge einmal einen bibelfest gehört gelesen oder was auch immer und wenn es jetzt jemand wäre der ein evangelist wäre ein diener gottes wäre dann würde er von sich wegweisen dann würde er auf jesus christus weisen dann würde er auf gott weisen dann dann wäre die bibel seine grundlage dann dann würde er das wort gottes den menschen verkündigen aber bruno gröning hat sich selber verkündigt er hat sich selber als der vermittler zwischen gott und den menschen gesehen und dieser vermittler dieser diese brücke wie er sich auch genannt hat die kann nur jesus christus sein weil so steht es ganz klar in der bibel dass es keinen anderen vermittler gibt zwischen gott und den menschen als jesus christus alleine als das was jesus christus am kreuz vollbracht hat eröffnet uns die möglichkeit wieder in verbindung mit gott zu treten und an diese stelle hat wurde krönig sich gestellt darum sagen ja auch manche zu seinen lebzeiten oder es hieß zu seinen lebzeiten er hat apostelgeschichte geschrieben aber also der eindruck ebenso entstanden ist dass er zu gott führt was hat er ja nicht getan er hat ja zu sich selber geführt und seinen heilstrom ansonsten wüsste ich nicht wohin er geführt haben sollte weil die verbindung zwischen mensch und gott geht ja nur über jesus christus und körperliche heilung bedeutet nicht dass ich in verbindung mit gott bin weil ich das erlebt habe heißt es noch lange nicht dass ich in verbindung mit gott bin also das hinkt das hinkt sehr ja aber du hattest vorher noch einen gesatz gesagt sag noch mal die frage die du hattest noch mal kurz meinst du jetzt aus der zeit zu seinen lebzeiten was für den menschen bedeutet hat wenn er durch bruno gröning knapp an jesus christus vorbeigeführt wurde ja also bruno gröning sagt ja dass alle menschen gottes kinder sind ja die möchte ich auch gerne widersprechen weil wir sind zwar alle seine geschöpfe aber gottes kinder werden wir erst wenn wir zur familie gottes gehören also wenn wir in die familie gottes aufgenommen werden dann sagt gott ihr seid meine kinder also muss man schon einmal differenzieren zwischen gottes geschöpfen und gottes kinder und wie werde ich gottes kind durch die wiedergeburt durch die geistige genau dadurch dass ich jesus das was jesus christus getan hat vollbracht hat im glauben annehme und sage ja jesus das was du am kreuz vollbracht hast nehme ich für mich ganz persönlich in anspruch komm in mein leben ich glaube dass dass du das für mich getan hast komm in mein leben ich öffne mein herz für dich und in dem moment verbindet sich der geist des menschen mit dem geist gottes und wir werden aufgenommen in die familie gottes weil wir eines geistes dann sind nämlich des geistes gottes und das nennt man eine wiedergeburt ein eine neue geburt es fängt ein neues leben an ein neues leben nämlich in der familie gottes und dann ist man ein kind gottes dann ist man ein kind gottes dem kann ich gar nichts hinzuzufügen auch das ist wunderbar ja es ist eine große freude ich habe sie ja habe es ja selber auch erlebt und ja ich denke für heute lassen was ja vielleicht gibt es ja noch ein paar punkte wo wir uns auch noch wenn sie auch fragen haben können sie die unten in den kommentar rein schreiben nehmen wir gerne bezug drauf wir würden uns freuen ja bis zum nächsten mal ja 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 ja